Gestalte eine Collage mit einigen Fuzzy Cut Bildern. Das ist nicht nur das, was ich heute auf meiner Seite hier in meinem Och-Katzelschwurf-Junk-Journal tun möchte, sondern das ist auch gleichzeitig Prompt Nummer 11 auf der Herbst-Prompt-Liste von meiner Junk-Journal-Freundin Maud aus Holland. Sie hat diese Liste erstellt als Inspirationsquelle für sich selbst und für andere. Wenn du Interesse daran hast, schau bitte mal unten in die Infobox, da habe ich dir alle ihre Links verlinkt und da findest du auch den Link zu dieser Liste. Die Liste ist ursprünglich auf Englisch, aber ich denke, es ist kein Problem, sich das mit Google-Übersetzer oder so zu übersetzen. Das lohnt sich auf jeden Fall, denn da drauf stehen echt einige richtig interessante Stichpunkte. Ein Prompt ist ja sowas wie ein Stichpunkt, wo man wirklich Ideen finden kann für eigene Junk-Journal-Seiten. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Maud hat außerdem auch einen YouTube-Kanal, also wenn du der englischen Sprache mächtig bist oder es dir nicht so auf den Keks geht, wenn ein Video in Englisch ist, schau da mal vorbei. Die macht richtig, richtig coole Sachen. Für diese Collage habe ich mir hier ein Verpackungspapierchen genommen, was ich in einer der Tag-Einsendungen bekommen oder mit einer der Tag-Einsendungen bekommen habe von meiner 10.000-Abonnenten-Junk-Journal-Tag-Challenge. Das hier ist ja auch das Journal, was daraus entsteht, eben aus allen diesen Einsendungen. Und ich wollte ganz gerne hier etwas haben, auch noch zusätzlich, nebst diesen ganzen grandiosen Dingen, die ihr mir geschickt habt, was ich selber gemacht habe. Also ich habe natürlich meine eigenen Tags hier in dieses Journal integriert, die ich da mit Gary zusammen gemacht habe. Und seine Tags sind natürlich auch hier drin. Aber ich wollte ganz gerne wirklich dieses Journal auch noch benutzen sozusagen. Also versteht ihr, was ich meine? Ich habe so viel Inspiration gewonnen durch eure ganzen Einsendungen. Ich konnte das nicht so machen wie bei den anderen beiden Journals. Bei 8.000 und 4.000 Abonnenten habe ich ja auch schon so ein Journal erstellt. Da habe ich in Anführungsstrichen nur eure Sachen genommen, das da reingetan und zu einem Journal gebunden. Und jetzt kann ich das aus meinem Regal nehmen und mir das angucken und mich darüber freuen. Dieses Journal ist für mich so krass. Ich habe das vorhin schon unter einem Kommentar geschrieben. Wenn ich hier sitze, dann denke ich mir manchmal, ich möchte eigentlich so viel sagen, aber mir fehlen dann einfach die richtigen Worte, weil ich einfach komplett überwältigt bin über das, was in diesem Journal ist. Und das hat mich so inspiriert und so in den Fingern gejuckt, dass ich einfach ein paar Seiten selber noch gestalten möchte. Insbesondere auch an solchen Stellen, wie diese Seite jetzt hier ist. Die besteht zur Hälfte, wie man sieht, aus einem Briefumschlag. Also auf der linken Seite, da wo ich jetzt gerade das Washi-Tape aufklebe, habe ich einen Briefumschlag befestigt. Und das ist gleichzeitig eine Tasche. Und gerade diese Seiten sprechen mich irgendwie so an, weil das ist so von euch gekommen. Jetzt ist das hier in meinem Journal und ich möchte gerne, wie soll ich sagen? Das klingt blöd, ne? Irgendwie was da draus machen klingt blöd. Aber wisst ihr, wie ich das meine? Erstmal ist das nur ein Briefumschlag und ich möchte das aber so in das Journal integrieren, dass das später alles so eins ist und dass man da durchblättert und aus dem Staunen eigentlich mehr rauskommt. So, also das kommt man jetzt schon nicht, in diesem Stadium schon nicht. Aber ich möchte das einfach zu so einem richtigen Masterpiece werden lassen, dieses Journal. Für diesen Hintergrund habe ich jetzt zum einen eben dieses Verpackungspapier und ein bisschen Washi-Tape aufgeklebt. Das schwarz-weiße Washi-Tape stammt auch von diesem Verpackungspapier. Das habe ich da einfach wiederverwendet, mit ein bisschen Prittstift angeklebt. Und jetzt tue ich hier ein bisschen Distress Oxide Ink drauf. Diese Schablone dient mir jetzt nur dazu, dass ich diese Tinte möglichst so wahllos verteilt kriege. Also ich möchte nicht diese Pünktchen von der Schablone auf meiner Seite drauf haben, sondern so etwas Abstraktes. Jetzt nehme ich hier noch ein anderes Grün. Das ist, by the way, hier das Forest Moss Grün. Immer wenn ich das benutze, dann habe ich total das Gefühl, der Tim Holz, der hat das nur für mich erfunden, dieses Grün. Das ist einfach mein Grün. Das ist so schön und überall, wo das passt, muss das hin. Geht kein Weg dran vorbei. Hier habe ich das jetzt ein bisschen trockener gelassen, sodass das Ganze nicht ganz so verschwimmt, wie bei dieser ersten Schicht Grün. Und ich möchte hier jetzt ein bisschen so dieses Herbstwaldfarben-Spiel hervorrufen. Dieses Verpackungspapier, wie man sieht, das glitzert so. Und das hat, das kann man in der Kamera überhaupt nicht erkennen, aber glaubt mir bitte, das hat so viele tolle Farben, gerade wenn man das bei so ein bisschen schummerigem Licht, was sich natürlich nicht zum Filmen eignet, anschaut, dann sieht man so richtig diese Herbstfarben. Als würde man durch so einen Wald laufen und diese ganzen gelben und braunen und grünen und so Blätter sehen, rot, ne, schaut, ja, ja, ist einfach faszinierend. Und deswegen erschien mir das auch perfekt für den Hintergrund für diese Collage. Und diese Distress Oxide Ink soll das Ganze jetzt noch so ein bisschen unterstützen. Jetzt habe ich hier meine Fuzzy Cut Bilder, ja, also Fuzzy Cut, was bedeutet das eigentlich auf Deutsch? Also so am Rand, so ausgeschnitten, ne? Also ich weiß, viele von euch haben so ein bisschen Schwierigkeiten mit der englischen Sprache und diesen englischen Begriffen im Bereich des Drunk Journalings. Fuzzy Cut Image bedeutet eigentlich nichts anderes als ein Bildchen, so wie jetzt diesen Vogel zum Beispiel, so am Rand ausgeschnitten. Es gibt jetzt eben das Ausschneiden mit dem weißen Rand, so wie ich das hier gemacht habe und manche schneiden das auch ohne den weißen Rand aus. Ich glaube, Barbara sagt dazu immer Kiss Cut. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Wenn das aber so ganz am Rand ausgeschnitten ist, aber es ist ja auch wurscht, wie du das ausschneidest. Hauptsache hast du ein paar so Vögelchen hier oder irgendwas anderes ausgeschnittenes. Wenn du diesen Prompt zum Beispiel nachmachen willst, dann kannst du ja von überall sowas ausschneiden, aus Zeitschriften oder von Postkarten raus oder was weiß ich woher. Diese Vögelchen hier stammen jetzt aus meinem Etsy-Shop. Ich habe da so einen Artikel gemacht, der heißt auch Fuzzy Cut Images hier, so Birds Fuzzy Cut Images, Vögelchen. Diese hier habe ich jetzt in ungefähr der Hälfte der Größe ausgedruckt, wie sie eigentlich ursprünglich in diesem Etsy-Artikel sind. Ich habe euch den im Übrigen auch unten in der Infobox verlinkt. Falls ihr genau diese Vögel für euer Projekt haben möchtet, könnt ihr das da unten finden und direkt über den Link auf diesen Artikel in meinem Shop gelangen. Ich muss sagen, ich habe immer schon Dinge ausgeschnitten aus Zeitschriften und so weiter. Aber ich bin fasziniert von digitalen Ausschneidbildern. Klar, jetzt denkt sich der eine oder andere wahrscheinlich, ja, die verkauft den Kram ja auch. Ja, ich verkaufe diese Bilder in meinem Shop. Nichtsdestotrotz würde ich nichts verkaufen, wovon ich nicht hundertprozentig überzeugt bin. Und teilweise mache ich diese Dinge auch für mich selber, dass ich das für mich selber zur Verfügung habe. Und dann wandert das eben am Ende in meinen Shop. Warum finde ich das genial? Erstens, du kannst das spiegelverkehrt ausdrucken zum Beispiel. Wenn dir der Vogel in die falsche Richtung guckt, dann druckst du das einfach spiegelverkehrt aus. Du kannst das in verschiedenen Größen ausdrucken, sodass du das für dein Projekt passend ausdrucken kannst. Wichtig ist dabei natürlich, aber das dürfte den meisten von euch klar sein, dass ihr die Bilder nur verkleinern könnt, aber nicht vergrößern. Wenn ihr jetzt sowas habt, tut mir bitte einen Gefallen oder euch einen Gefallen, vergrößert diese Dateien nicht, egal was ihr kauft an digitalen Downloads. Denn dann habt ihr einen sehr starken Qualitätsverlust. Wenn ihr das verkleinert, ist das kein Problem. Aber wie gesagt, der andere Weg vergrößern ist nicht so eine gute Idee. Okay, insbesondere dann, wenn man vielleicht nur so einen handelsüblichen Drucker hat, dann kommt da richtiger Quatsch dabei raus. Aber diese Dinger sind so vielseitig einsetzbar. Ach, ich bin ganz begeistert davon. Ich hoffe ihr auch. Ich habe jetzt hier in den Hintergrund noch so ein bisschen was gestempelt mit diesem schwarzen Blumenstempelchen. Und hier nehme ich mir jetzt noch so einen Schriftstempel. Ich versuche damit, die Schnipsel aus meiner Collage so ein bisschen zu verbinden. Auch wenn natürlich Stempeln kein typisches Collage-Element ist, ja, ne, ist ein Stempel und kein Papierchen, was man da aufklebt. Trotzdem verbindet sich das Ganze aber so ein bisschen. Und der Hintergrund wird ein bisschen so filigraner. Das Auge hat mehr zu entdecken, wenn es da so drüber geht. Und in diesem Fall sind auch meine Collage-Schnipsel von den verschiedenen, ja, von dem Papier und den Washi-Tapes und so ziemlich weit auseinander. Ganz einfach deshalb, weil ich von dem Briefumschlag noch ein bisschen was sehen wollte. Da ist ja auch meine Adresse draufgeschrieben und so und da sind auch ein paar so Sachen von der Post draufgedruckt. Deswegen sind diese Schnipsel sehr weit auseinander. Aber diese Stempel verbinden das Ganze. Also für mich zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich finde das einen ganz guten Trick. Gerade auch dann, wenn man auf eine Collage Dinge aufbringen will, die man vielleicht nicht zuhauf hat. Manchmal möchte man ja eine Collage machen und man hat nur drei besondere Teile, was weiß ich, von einer Reise gesammelt. Oder so wie in diesem Fall von Briefen oder so runtergerupft. Und es fehlt einem einfach Material. Dann kann man so einen Stempel benutzen, um diese Collage noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so auszuweiten. Dass das nicht so mickrig aussieht. Also macht das irgendwie Sinn? Ich wollte dann diese Collage noch so ein bisschen gemütlicher machen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, da noch so eine kleine Stoffspitze da aufzukleben. Ich finde das immer ganz schön, wenn man die einzelnen Elemente nicht nur mit dem Auge sehen, sondern auch mit der Hand so fühlen kann. Wenn man dann durch das Journal so blättert und man kann das mal so überall so ein bisschen streicheln, dann finde ich das ganz cool. Und dann habe ich mir zum Schluss noch diese andere Schablone hier genommen mit diesen kleinen Strichen drauf. Weil ich noch so ein bisschen mehr Vintage einerseits, Herbst andererseits und so ein bisschen so ein Baumfeeling da reinbringen wollte. Diese Striche von dieser Schablone, die erinnern mich an so Bäume, also an so Baumstämme, oder? Und dieses Grün ist da oben mit diesen anderen Farben von diesem glitzernden Papier so die Baumkronen. Aber das ist natürlich sehr abstrakt. Unten links auf dem Briefumschlag hat mir das auch fast so ein bisschen wie so ein Gartenzaun ausgesehen. Aber das kann man natürlich interpretieren, wie man möchte. Und ich finde das immer wieder faszinierend, wenn ich sowas erkläre und euch sage, was ich mir dabei gedacht habe. Dann kommen von euch manchmal so Kommentare, ich habe das ganz anders gesehen. Oder da sehe ich das und da sehe ich das. Und das ist irgendwo auch eins meiner Ziele, meine Sachen so zu machen, dass ihr da noch so eure eigene Interpretation mit einbauen könnt. Euren eigenen Interpretationsspielraum einfach auch habt. Und natürlich sieht da jeder irgendwas anderes. Und ich finde es toll, wenn ihr da auch andere Sachen seht, als ich da gesehen habe. Das ist immer sehr spannend. Und das ist vor allen Dingen auch sehr spannend zu lesen, wenn ihr dann Kommentare hinterlasst oder so. Oder mir irgendwelche E-Mails oder so schreibt. Ich finde das immer sehr interessant, was ihr da seht. Was ich vielleicht in dem Moment überhaupt gar nicht wahrgenommen habe. Ganz am Ende habe ich mir gedacht, ich spritze hier noch ein bisschen mit so weißem Gesso rum. Das hier habe ich einfach mit Wasser verdünnt. Und jetzt versuche ich hier noch so ein bisschen, ja, einfach so den letzten Schliff so zu geben, oder? Also ich finde so Spritzer am Ende immer ganz schön. Ich wollte die jetzt hier nicht in schwarz machen, weil da schon viel schwarz bei den Vögelchen ist. Und in den Stempeln natürlich auch. Deswegen habe ich gedacht, weiß sieht ganz gut aus. Das sieht man jetzt hier von Weitem gar nicht so gut. Aber hier vielleicht habe ich euch das noch mal ein bisschen näher gefilmt. Ich finde, das gibt dem Ganzen noch mal so den letzten Schliff. Und diese Vögelchen sehen ein bisschen lebendiger aus. Das Ganze wird ein bisschen dreidimensionaler dadurch. Ja, das war es hier auch schon. Das war hier mal Prompt Nummer 11. Gestalte eine Collage mit ein paar Fassikat-Bildern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr werdet mal bei Maud vorbeischauen. Vielleicht findet ihr eine oder andere Inspiration in ihrer Herbst-Prompt-Liste. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt mir gerne einen Kommentar, wie ihr das hier gefunden habt. Vielleicht habt ihr noch andere Ideen, was ich in dieses Journal noch integrieren könnte. Wobei, vielleicht ist das gar nicht so eine gute Idee, wenn ihr das da hinschreibt. Weil mir geht jetzt schon der Kopf über vor Ideen. Bleibt gesund. Bleibt kreativ. Bastelt euch was Schönes. Tschüssikowski!